Hallo Werderada, heute unser Spiel bei Darmstadt 98, das erste von zwei Auswärtsspielen nacheinander und wir haben heute die große Chance, dass wir uns ein Stück weit wieder in Richtung Tabellenspitze orientieren können oder besser gesagt in die Spitzengruppe mit einem Sieg könnten wir heute von 9 auf 5 hochklettern. Die Darmstädter stehen für mich derzeit als sowas wie eine Art Wollertüte der Liga, auch wirklich tolle Leistungen, folgt das auch mal sowas wie eine Art Leistungsabfall, das zeigt aber auch deutlich, wie ausgeglichen die zweite Ligasaison in dieser Zeit ist. Für mich persönlich ist es wirklich eine tolle Saison bis jetzt, einfach auch für normale Zuschauer sozusagen eine wirklich tolle, entspannende Saison, auf jeden Fall qualitativ sehr viel besser als die erste Bundesliga und ich finde das zeigt auch deutlich, wie viele gute Mannschaften da sind. Und dazu zählen für mich auch die Darmstädter insgelang gelegen, also das Spiel wird heute für uns alles andere als ein Selbstläufer. Wir sind wirklich sehr stark angehalten dazu, dass wir die Mannschaft ernst nehmen, die Mannschaft von Thorsten Lieberknecht, was der Mann kann. Für mich ist es ein positives Fußballprodukt, was der Mann kann, das hat er ja in der Vergangenheit ja auch vor allem bei Eintracht Braunschweig gezeigt. Er ist wirklich einer, der ist ein Perfektionist, der einer, der wirklich eine Mannschaft richtig voranbringen kann. Genauso wie Markus Anfang auch, das hat er ja bei uns auch gezeigt schon und ich finde das ist etwas, das macht wirklich eine Mannschaft wirklich sehr viel aus, eine Mannschaft auch sehr viel aus, wenn ein Trainer da ist, der eine Mannschaft formen kann, der eine Mannschaft irgendwie auch weiterentwickeln kann. Das ist bei uns ja auch das vorrangige Ziel, so wurde es jedenfalls deklariert, dass die Mannschaft, wir haben ein Durchschnittsalter von 21 Jahren, damit sind wir sicherlich die jüngste Mannschaft in der zweiten Liga und wir haben halt eben die Sache, dass es halt eben noch nicht so perfekt läuft, aber das ist einfach für uns das vorrangige Ziel, dass die Mannschaft weiterentwickelt werden kann, natürlich auch im Hinblick auf den angestiegten Wiederaufstieg. Heute unser Spiel bei Darmstadt 98, alles andere als eine leichte Aufgabe, die Darmstädter haben eine gute Offensive, hinten sind sie etwas anfälliger, da können wir auch mit hohem Pressing, können wir da was ausrichten, denke ich mal. Für uns ist es wirklich wichtig, dass wir darauf eingehen können, mal schauen, wie wir das heute schaffen, ein 4-3-3 könnte vielleicht ganz gut helfen, aber wir müssen sehen, was die Darmstadt anbietet. Ich kann die nicht so richtig einschätzen, wir müssen sehen, was da gemacht wird, wir müssen sehen, wie die spielen, wir müssen sehen, wie die ankommen, ob die mit hohem Pressing ankommen oder ob die hier stehen, auf jeden Fall sind sie, weil er mal nach bestreht, auch vielleicht durch Konterspiel gegen uns zum Erfolg zu kommen und das müssen wir natürlich tun, nicht unterbinden. Wird keine leichte Aufgabe, aber mit viel Konstellation können wir das auf jeden Fall hinkriegen. Ich bin davon überzeugt, dass wir das auch heute dort hinkriegen werden. Für mich steht bei uns ein Fragezeichen nach und vor, ja, mal wieder in der Lücke Kühlkrug. Für viele ist es schon so, ich denke mal an die Quacksalber von Wohrum zum Beispiel, da ist es ja schon ein Peel-Einkauf und so weiter und weg damit und so, wirklich so ein großer Quatsch. Lücke hat halt eben derzeit so eine Phase, wo es bei ihm nicht so richtig hinhaut und er muss einfach mal wieder treffen. Es hat eben jetzt auch so, dass es bei ihm ein großes Fragezeichen, er hat mal wieder muskuläre Probleme und da müssen wir mal sehen, da kommt es halt eben drauf an. Ich weiß nicht, wie das letzte Training, der gestern abgelaufen ist, aber dann wird heute, spätestens heute, so wird entschieden, ob er auflaufen kann oder nicht. Genau wie ist auch die Sache mit Roshi Asari. Auch da wieder mal, ich bin zwar kein Wohrum-Mitglied, aber ich schaue da wieder mal rein, was da wirklich so abgeht. Auch da hieß es ja schon, ja, wir müssen damit rechnen, dass das ein Fehl-Einkauf ist. Ich finde, das ist Quatsch, oder eine Fehl-Einkauf ist, das ist kompletter Blödsinn. Roshi ist ein junger Spieler, sicherlich ist er noch nicht, vielleicht in seiner Entwicklung, aber wir dürfen noch eins nicht vergessen. Er kommt zwar von Roshi Zignis und zwar damit aus die erste französische Liga ist. Eigentlich ist sie gut, aber sie ist tempomäßig lange nicht mit unserer ersten Fußball-Bundesliga zu vergleichen. Meiner Meinung nach ist es so, er braucht halt eben seine Zeit, er braucht seine Umgebungszeit, die sollten wir ihm geben. Das ist ein junger Spieler, der aber technisch, und das haben wir auch schon gesehen, einiges drauf hat, einiges auf dem Kasten hat. Und ich denke, es könnte sein, dass er heute einfach mal ins kalte Wasser geschmissen wird. Ich finde, das wäre auch ganz gut, wenn das mal passiert. Aber wir müssen sehen, wie schon gesagt, auch da müssen wir sehen, ob das Spielsystem der Damenstelle was hergibt, dass wir dann auch da was machen können. Auf jeden Fall einer, der für mich persönlich weiterhin eine große Chance verdient hat. Und auf jeden Fall ist es einer mit sehr viel Potenzial. Wir müssen heute sehen, dass wir bei den Darmstädtern mit voller Konzentration zur Sache gehen, dass wir da auch heute wirklich rangehen. Und wir müssen, das wird keine leichte Aufgabe, aber mit wirklich einer guten Konzentration, wenn wir auch mit Selbstvertrauen, wenn wir mit dem guten Selbstvertrauen rangehen, dann können wir das Spiel heute auch gewinnen. Und ich bin davon überzeugt, das werden wir auch heute gewinnen. Es wäre dann nahezu ein perfektes Werder Bremen-Wochenende. Viele von euch werden es natürlich nicht wissen, am Freitagabend, da haben unsere tollen Mädels ja ihren ersten Saisonsieg eingefahren mit 1 zu 0 gegen die SGS Essen. Also das wäre heute eine tolle Abrundung des Ganzen. So, mein Wettetisch ist auch hier gegänzt. Und wir zeigen. So. Es ist alles da, was man dazu braucht. So. Teddy mit seinen ganzen Freunden hier. Die ganzen Utentilien, die ich auch dafür habe, wie sonst auch. Es ist alles da, was man da braucht. Ja. Alles vor allem, wie ihr seht. Und meine Schatz natürlich auch. Da und da. So, das war es auch jetzt wieder von mir erstmal. Ich bin nachher im Ostkommenssaal dabei. Und dann wird es auch wieder ein Video mit dem Tudi geben. Das machen wir ab sofort wieder an jedem Spieltag, so wie es das eben wie einrichten lässt. Vielleicht sieht man sich ja auch. Und ansonsten melde ich mich auch direkt nach dem Spiel wieder. hoffentlich mit wirklich guten Nachrichten. Also, bis denne. Lebenslang Werder Bremen. Lebenslang gut weiß. Und ciao.